Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Kaderplanung für Holstein Kiel. Kiel steht ja kurz vor dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Aktuell ist man Tabellenzweiter mit 6 Punkten Vorsprung auf Platz 3 und schon 7 Punkten Vorsprung auf Platz 4. Das heißt, es sieht sehr gut aus mit dem Aufstieg in die Bundesliga und genau für dieses Szenario planen wir heute mal den Kader. Denn es wird natürlich unglaublich interessant werden, wie gut oder wie schlecht man aufgestellt sein sollte, wenn man in die Bundesliga starten wird. Der Kader muss dafür auf jeden Fall verändert werden. Mit Marcel Rapp hat man einen wirklich guten und passenden Trainer, der diesen großen Umbruch im letzten Sommer richtig gut gemanagt hat. Stöber hört zwar als erfolgreicher Manager auf, mit Wilmann hat man aber bereits einen Nachfolger an Bord. Und deswegen macht Holstein Kiel generell als Verein einen unglaublich guten Eindruck. Heute gehen wir mal Position für Position durch, sprechen dort über die möglichen und konkreten Abgänge und wie man sich dann auf jeder Position aufstellen sollte. Es geht hier nicht um konkrete Transferziele oder Transfervorschläge, das kommt bald hier auf Kekhoff im Format 5 Transfers für, sondern eben um eine grundsätzliche Kaderplanung, in diesem Falle für Holstein Kiel im Bundesliga-Aufstiegsfall. Und genau dafür legen wir nun mal los auf der Position des Torhüters, wo wir ja aktuell hier Timon Weiner, Thomas Dehne und Marcel Engelhardt haben. Timon Weiner hat sich ja als Nummer 1 etabliert und seine Chance genutzt, sich unter Marcel Rapp als Stammkeeper festzuspielen und hat genau das eben auch getan. Ich persönlich mag ihn sehr als Torhüter, verfolge ihn auch schon seit einigen Jahren, Wallega aus der Jugend von Schalke stand und ist für mich einfach ein unglaublich starker Rückhalt in dieser zweiten Bundesliga. Ich finde, Timon Weiner hat es sich auf jeden Fall auch verdient in der Bundesliga die Chance zu kriegen, die Nummer 1 zu sein und deswegen wird er natürlich auch bei Holstein Kiel bleiben. Thomas Dehne war ja erst die ersten Spiele im Kasten, war dann eigentlich wiederum als Nummer 2 eingeplant, stand zuletzt gar nicht mehr im Kader und ist deswegen für mich auch schon irgendwo ein Spiel, über den man hier diskutieren kann. Ich glaube, Thomas Dehne könnte Kiel verlassen und somit hätten wir hier dann auch schon mal den ersten Abgang im Tor. Somit wäre natürlich auch dann eine Position vakant und das wäre die Position des zweiten Torhüters. Ich würde dann hier auch ganz klar einen Herausforderer für Weiner holen, der schon irgendwo das Zeug hat, in der Startelf stehen zu können, im Fall der Fälle oder eben auch generell für einen guten Konkurrenzkampf, um mir einfach für die Bundesliga gut genug aufgestellt zu sein. Marcel Engelhardt war ja eigentlich die Nummer 3, stand aber seit dem 9. Spieltag immer im Kader und saß seitdem immer auf der Bank. Den würde ich dann auf jeden Fall für die Breite einplanern, er wieder als nominelle Nummer 3. Marcel Rapp lässt ja bei Holstein Kiel durchaus flexiblen Ballbesitzfußball spielen im 3-4-1-2-System, das heißt wir haben meistens drei Innenverteidiger auf dem Platz und dafür stehen folgende Spieler von links nach rechts zur Verfügung. Wir haben Timo Becker, Colin Kleinebekel, Patrick Eras, Marco Comenda, Karl Johansson und Nico Carrera. Legen wir erstmal los mit Timo Becker, der ja bei Holstein Kiel ganz klar gesetzt ist. Mittlerweile ja auch zum wichtigen Führungsspieler entwickelt, hat er teilweise auch mal die Kapitänsbinde getragen und spielt entweder als rechter Schienenspieler oder als rechter Innenverteidiger. Ich mag ihn sehr als Spieler, auch er ist ja ein ehemaliger Schalker, den ich damals schon bei Schalke extrem gemocht habe. Und deswegen freut es mich umso mehr für Becker auch als solcher, dass er dort in Kiel eine solche große Rolle spielt. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Ich glaube schon, dass man es vermeiden möchte, mit solchen Leistungsträgern in den letzten Vertragsherz zu gehen. Kann mir auch gut vorstellen, dass man diesen Vertrag mit Becker vorzeitig verlängert. Das heißt, er bleibt hier auf jeden Fall in unserer Planung logischerweise mit dabei. Für mich auch dann eher auch als klarer Innenverteidiger. Wie gesagt, er hat doch teilweise als Schienenspieler gespielt. Ich finde aber, seine Stärken liegen vor allem auch in der Position des rechten Innenverteidigers an der Dreierkette. Da passt er einfach optimal hin. Colin Kleinebekel spielt hier auch ein bisschen eine richtig tolle Saison und hat sich endgültig in seinen jungen Jahren als Innenverteidiger durchgesetzt. Auch hier haben wir die vertragliche Ausgangssituation, dass ein Vertrag nur noch ein weiteres Jahr läuft. Und natürlich ist er dadurch auch ein Abgangskandidat. Denn Kleinebekel kann sich den nächsten Karriereschritt vorstellen. Es gibt einen durchaus guten Marktwert, wodurch man natürlich auch ordentlich Geld kassieren könnte. Allerdings hat er sich ja nun bei der deutschen U21 während der Nennenspielpause verletzt und fällt aufgrund einer Kreuzbandverletzung erstmal länger aus. Dadurch ist für mich auch klar, dass die Saison natürlich wahrscheinlich gelaufen sein wird, aber auch ein Sommerwechsel eher unwahrscheinlicher wird. Deswegen glaube ich, Kleinebekel wird mal mindestens um ein Jahr verlängern und dann eben auch an der Förde bleiben. Patrick Erras ist ja mittlerweile gesetzt als zentraler Innenverteidiger und natürlich einfach ein Spieler, der vorangeht. Auch er hatte einen auslaufenden Vertrag oder nicht mehr eine allzu solche lange Vertragslaufzeit. Hat diesen allerdings schon bis 2026 verlängert und ist auf jeden Fall eingeplant. Erras kennt natürlich auch die Bundesliga schon ganz gut aus Bremer Zeiten. Ob es dann für einen Stammplatz reicht oder nicht, muss man mal gucken. Aber für die Kaderbreite ist Erras auf jeden Fall gut zu gebrauchen. Marco Kumenda stand ja zuletzt in der Startelf und hat natürlich auch den großen Vorteil als Linksfuß helfen zu können, weil er sowohl Innenverteidiger und Linksverteidiger spielen kann und dort auch einfach perfekt reinpasst als der linke Part in der Dreierkette. Ich glaube, Marco Kumenda bleibt als Ersatz und wird auch in der Bundesliga seine Stärken gut ausspielen können. Aber wenn wir eben dann schon über diesen linken Part in der Dreierkette sprechen, finde ich, wäre hier auch trotzdem ein neuer Innenverteidiger wichtig. Zwar hat auch kleine Bekel diese Rolle meistens eingenommen als linker Innenverteidiger, aber ich würde hier tatsächlich nochmal mehr nach einem linksfüßigen Innenverteidiger suchen, mit einem klaren Stammplatzpotenzial, um hier auch einfach nochmal die Qualität in der Defensive auf ein besseres Level zu bringen. Karl Johansson ist ja ein Neuzon gewesen im letzten Sommer, der eine unglaubliche Erfahrung mitbringt. Allerdings hat er auch verletzungsbedingt erst fünf Spiele gemacht, muss sich jetzt erstmal wieder rankämpfen, aber kann sicherlich auch schon in der ersten Liga weiterhelfen. Nico Carrera ist ja gesetzt in der Regionalliga-Mannschaft, allerdings sehe ich auch deswegen nahezu keine Chancen der Bundesliga, wenn er eben schon jetzt in der zweiten Liga gar keine Rolle spielt. Das heißt, Carrera könnte auf jeden Fall gehen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, braucht es dann neben diesen sechs Innenverteidigern noch einen weiteren? Und ich kann mir vorstellen, ja, dass das schon Sinn machen kann. Also ich würde hier eher einen Herausforderer suchen, weil man eben mehrere Optionen für die Bundesliga braucht. Typisch Kiel wäre es dann hier, einen eher jungen Innenverteidiger die Chance zu geben, der eben auch dann im Fall der Fälle schon mal als Nachfolger von Kleinebekel aufgebaut werden kann. Ich denke mal, das wäre ein Szenario, was hier auf jeden Fall generell der Abwehr gut tun würde. Und wenn wir dann schon über das Thema Dreierkette sprechen, sind logischerweise auch die Außenverteidiger ein wichtiges Thema. Hier haben wir nominell Lasse Rosenboom, Merkel, Kierkeskopf und Tom Rote. Man kann natürlich hier auch noch einen Timo Becker hinzuzählen für die rechte Seite oder auch einen Sterner für die rechte Seite, ein Porat, der das auch teilweise gespielt hat. Aber wir gehen jetzt wirklich mal Position für Position nominell durch. Und nominelle Außenverteidiger sind eben diese drei. Starten wir erstmal mit Lasse Rosenboom. Der ist ja im letzten Sommer aus der Jugend von Werder Bremen gekommen, nachdem er dort auch wirklich starke Leistungen gezeigt hat. Ich finde schon, dass Rosenboom das Potenzial mitbringt. Er hat auch viel gespielt für die U23, allerdings in der zweiten Liga gerade mal sieben Spiele gemacht. Das heißt, auch für mich in der Bundesliga wird es nicht einfacher werden. Eine Laie könnte hier für alle Beteiligten eine gute Lösung sein. Unabhängig davon ist aber auf jeden Fall es wichtig, dass man einen neuen rechten Schienenspieler holt. Auch hier wären Stammspieler gesucht. Ich finde schon, dass man auf dieser rechten Seite einen klaren Nachholbedarf hat. Noch eine weitere Option kann ich mir dann auch vorstellen. Dann eher ein etwas defensiverer Spielertyp, vielleicht auch mal ein Rechtsverteidiger, der auch in der Viererkette funktionieren kann. Dann, wie gesagt, Becker, Sterner, Porat können das auch allesamt spielen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht zwingend notwendig, hier zwei neue Spieler zu holen. Aber wenn es auf dem Markt Optionen gibt, dann würde ich hier auf jeden Fall nochmal doppelt nachlegen. Mikkel Kierskow ist ja im Winter zurückgekehrt, kommt bislang dreimal als Joker zum Einsatz und sein Vertrag läuft ja nur bis zum Sommer. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass dieser verlängert wird. Und damit hätten wir hier dann auch unseren zweiten Abgang. Und auch die linke Schiene wird auf jeden Fall wichtig sein, im Sommer zu verstärken. Ich denke mal, hier würde Kiel auch ein etwas offensiver ausgerichteter Spielertyp guttun, der diese Position noch nochmal anders interpretiert. Also wir sehen, die Außenverteidigung ist auf jeden Fall eine klare Baustelle. Tom Rote ist ja ausgeliehen worden von Borussia Dortmund, nimmt diese Position als linker Schienenspieler richtig gut an und kommt ja bereits auf neun Scorer-Punkte. Ich glaube nicht, auch wenn der BVB es gesagt hat, dass er dort eine wirkliche Chance haben wird für die nächste Saison. Und das heißt für mich, wenn Kiel aufsteigt, macht es am meisten Sinn, den Live-Vertrag zu verlängern. Ich glaube, davon können auf jeden Fall auch alle Seiten profitieren. Und das würde ich aus Kieler Sicht auch dann anstreben. Weiter geht es mit dem Blick auf das zentrale Mittelfeld. Auch hier einmal kurz die Spielernamen von links nach rechts durchgehend mit Marco Ivicic, Marvin Schulz, Louis Holtby, Philipp Sander, Nikolaj Remberg, Finn Porath und Lukas Wolf. Gehen wir also auch hier jeder einzelne Personal hier durch zum zentralen Mittelfeld, könnte man natürlich auch noch zum Beispiel Patrick Eras zählen, der aber wie gesagt mittlerweile eher als Innenverteidiger spielt, oder Steven Skripsky, den man auch als Szener nennen könnte. Aber über die sprechen wir ja wie gesagt nochmal einzeln oder, wie bei Eras, haben eben schon darüber gesprochen. Also erstmal der Blick auf Marco Ivicic, der im letzten Sommer zu Holstein Kiel gewechselt ist. Ich finde, man merkt dem Sechser auf jeden Fall an, dass er ein bisschen gebraucht hat, um in der zweiten Liga anzukommen, aber auch auf jeden Fall mit seinen 22 Jahren noch das Potenzial hat, sich zu einem richtig guten Sechser zu entwickeln. Er hat ja auch das letzte Mal in der Innenverteidigung gespielt. Davor war er eher als Ersatz mit dabei. Für mich auf jeden Fall Ivicic gut zu gebrauchen. Wird spannend sein, in welche Richtung er sich auch dann in der Bundesliga entwickeln kann. Marvin Schulz ist ja ein klarer Rotationsspieler unter Marcel Rapp, der zuletzt relativ wenig gespielt hat, aber natürlich in puncto Erfahrung der Mannschaft sicherlich weiterhelfen kann. Trotzdem ist Marvin Schulz für mich ein möglicher Abgangskandidat und trotzdem planen wir mit ihm erstmal als Verbleib. Luis Holtby ist ja ein absoluter Führungsspieler der Mannschaft, der dann auch teilweise die Kapitänsbinde trägt und eine wirklich tolle Saison spielt. Wirklich beeindruckend auf diesem Level, wo Luis Holtby aktuell unterwegs ist, dass er dort noch so stark und konstant funktioniert. Sein Vertrag läuft auch noch ein weiteres Jahr bis 2025. Er wird auch in der Bundesliga ein wichtiger Faktor sein, wird logischerweise auch an Bord bleiben. Ich glaube auch generell nicht mehr daran, dass Luis Holtby den Verein nochmal zwingend wechseln wird. Philipp Sander ist ja der aktuelle Kieler Kapitän und spielt auch eine wirklich starke Saison, auch wenn er sicherlich eher der unauffälligere Spielertyp ist, aber auch einfach seinen Job im Mittelfeld unglaublich stark erledigt. Auch deswegen gab es Interesse aus der Bundesliga, ein Feiner zugeschlagen mit Borussia, Mönchengladbach und somit ist hier schon klar, Sander wird ligaunabhängig Kiel verlassen. Somit muss hier natürlich Ersatz her und ich finde auch, da braucht es dann einen potenziellen Stammspieler für das Zentrum, denn hier ist eben auch einfach dann ganz einfach ausgedrückt, Qualität auch auf jeden Fall notwendig. Nikolaj Remberg ist ja im letzten Sommer aus Münster gekommen, ist ein Rotationsspieler, der finde ich auch gut für die Breite ist, sollte auch dann in der Bundesliga weitere Chancen bekommen. Fynn Porath ist ja einer der wenigen Kreativspieler, könnte man fast schon sagen, im Kader, der mal auf der rechten Schiene spielt, mal eher dann dort, wo hingehört, auch im Mittelfeldzentrum. Insgesamt finde ich auf jeden Fall stark performt mit seinen neuen Scowern. Für mich wäre dann Porath auch in der kommenden Saison bedingt durch unsere Planungen auf der rechten Schiene, auf der rechterdeiniger Position ganz klar auch im Zentrum eingeplant. Lukas Wolf ist ja ein Eigengewächster Kieler, der eine richtig gute Saison spielt bei der U23 in der Regionalliga, aber bislang noch weiterhin kein Profispiel absolviert hat. Sein Vertrag endet und selbst wenn man diesen verlängern sollte, würde ich ihn auf jeden Fall verleihen. Sonst in der Bundesliga sehe ich Lukas Wolf auf jeden Fall noch nicht. Aber diesen freien Kaderplatz würde ich auf jeden Fall besetzen. Auch hier nochmal in Sachen Kreativität nochmal nachlegen, denn ich glaube schon, dass es Kielig gut tun würde, einen wirklich guten Spieler hinzuzuholen. Natürlich kann man dann darüber diskutieren, ob man sich um ein Talent bemüht, was auf der Position schon nachgewiesen hat zu funktionieren, oder vielleicht sogar eher einen Bundesliga erfahrenen Spieler hinzuholt. Aber hier auf der 10 in Sachen Kreativität, in Sachen spielerischer Klasse, da würde ich auf jeden Fall dann nochmal was machen. Wie so oft bei Mannschaften, die mit einer Dreierkette spielen, spielen dann die nominellen Flügelspieler nicht eine ganz so große Rolle. Aber trotzdem haben wir hier in Kiel auf jeden Fall eine ganz gute Auswahl. Mit Alexander Bernhardson, Joshua Mees, Jonas Sterner, Orel Wakbe und Niklas Niehoff. Alexander Bernhardson ist ja ein Winterneuzugang, der die Offensive nochmal beleben sollte und finde ich auch bislang ganz gute Ansätze zeigt. Er hat ja auch einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, bringt auch generell der Offensive nochmal ein ganz anderes Element rein mit seinem spielerischen Witz, aber auch mit seinem Tempo, mit seinen tiefen Läufen. Und das kann sicherlich auch in der Bundesliga ganz gut funktionieren. Joshua Mees ist ja ein Leihrückkehrer, der eigentlich gar nicht mehr so richtig eingeplant war, aber zuletzt auch wieder ein paar ganz gute Spiele gemacht hat. Trotzdem, auch weil sein Vertrag endet, darf es hier keine Vertragsverlängerung geben, würde für mich auf jeden Fall keinen Sinn machen. Hier macht es am meisten Sinn, die ganze Geschichte dann eben auch zu beenden. Damit hätten wir aber auch Platz für einen neuen Flügelspieler, wobei das natürlich auch dann abhängig sein wird vom System, in welcher Qualität man hier vielleicht nochmal nachlegen muss. Aber es kann natürlich schon Sinn machen, einen Flügelspieler zu holen, der flexibel, eintetzbar ist und dann eben auch auf einer anderen Position, der eben auch dann agieren kann. Jonas Sterner ist ja ein Eigengewächs von Holstein Kiel, der im Großen und Ganzen Rotationsspieler ist, aber auch Anfang des Jahres seinen Vertrag verlängert hat. Also Sterner bleibt auf jeden Fall als flexible Option, mal Schienenspieler, mal etwas offensiver. Mal gucken, in welche Richtung es dann für ihn gehen wird. Wackbe ist ja ein Neuzugang aus dem letzten Sommer, der bislang nur ein einziges Mal gespielt hat. Das macht so auf jeden Fall dann keinen Sinn, über den Sommer hinaus, entweder man verleiht ihn oder man verkauft ihm sogar. Ein direkter Ersatz muss auf jeden Fall dann nicht gut werden, weil wir ja mit Andu Kelati aus Hoffenheim bereits ein junges Talent haben, welches zu Holstein Kiel als Flügelspieler wechseln wird. Mene Klas Nioff aber noch ein weiteres Talent aus der eigenen Jugend, der bislang vier Spiele gemacht hat. Auch er zeigt bei der U23 richtig starke Leistungen und kann vielleicht auch dann bei Kiel den nächsten Schritt gehen. Und dann bleibt natürlich noch eine Position übrig und das ist die des Stürmers, wo wir auch hier einmal von links nach rechts Steven Skripski, Ciuto, Marcino, Benedikt Pichler, Vita Arp und Holbert Aron Friedjonsson haben. Steven Skripski spielt ja eine wirkliche Top-Saison, meistens eher als zweite hängende Spitze, teilweise auch als Zehner, auch wenn er dadurch zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hat. Aber Skripski ist ein wichtiger Part, der auch durch seine Schalke-Zeit die Bundesliga bereits kennt. Also Skripski und Kiel, das passt richtig gut zusammen und wird es auch in der Bundesliga genauso geben. Ciuto, Marcino ist ja im letzten Sommer ein Neuzugang gewesen, ein super interessanter Spieler, der bislang auf zehn Scourger-Punkte kommt. Ich finde, Marcino zeigt allerdings noch etwas zu schwankend, das, was er wirklich kann. Aber ich kann mir wiederum auch vorstellen, dass er in der Bundesliga funktionieren wird und ein Abgang daran glaube ich auf jeden Fall ohnehin nicht. Benedikt Pichler ist dann wiederum der erste etwas klassischere Neuner, den wir hier dann auch besprechen können, der allerdings immer und immer wieder verletzt ist. Trotzdem kommt er insgesamt auf sieben Tore, allerdings läuft sein Vertrag nur noch ein weiteres Jahr. Und ich glaube nicht, dass man mit ihm in den letzten Vertrags ergeht, dann ist eben die andere Frage, wer ist vielleicht interessiert an Pichler, was will er selber. Irgendwo bin ich dann vom Gefühl her sogar eher bei einem Abgang. Ich mag Pichler extrem als Spielertypen, ich glaube, er kann auch in der Bundesliga helfen, aber vielleicht gibt es ein Angebot, was für alle Beteiligten Sinn macht und dann wird es eben auch hier einen Abgang geben. Somit ist aber auch klar, und das ist ohnehin klar, selbst bei der aktuellen Zusammensetzung, dass es einen neuen Stürmer braucht. Bereits im Winter wollte man dort danach legen, mit Entropatzt dann nicht funktioniert. Und hier braucht es aber für die Bundesliga einen klaren Neuner, einen Vollstrecker, denn genau so ein Part wird wichtig sein im Abstiegskampf. Vita Arp hatte ja eine richtig gute Phase am Ende der Hinrunde gehabt, hat sich dann leider verletzungsbedingt dann erledigt, diese gute Form zu bestätigen, aber hat ja auch Anfang des Jahres seinen Vertrag verlängert. Für mich Vita Arp auf jeden Fall ein guter Ersatz. Holbert Aaron Friedens, dann haben wir ja auch noch, der allerdings nur 13 Mal gespielt hat. Sein Vertrag läuft aus und hier wird es auch deswegen sicherlich keine Vertragsverlängerung geben. Ich persönlich hätte dann aber auch noch einen weiteren Stürmer im Visier, auch hier eher einen klaren Neuner, weil da sind für mich weder Skripski, Machino noch Arp. Also das wäre dann eben dann der Herausforderer für den anderen Neuzugang auf der Stürmerposition. Ein Blick auf die verliehenen Spieler lohnt sich dann auch immer mal wieder. Bei Holstein Kiel sind das genau zwei mit Bar, Muaka, Simakala und quasi Wried. Simakala ist ja erst im letzten Sommer gekommen vom Vorfeld Osnabrück, nachdem er dort in der dritten Liga eine richtig, richtig starke Saison gespielt hat. Man hatte ja so ein bisschen den Gedanken, vielleicht kann er ja Fabian Rehse in der Offensive ersetzen. Geklappt hat das allerdings überhaupt nicht. Zum einen, weil Simakala seine Position nicht gefunden hat, weil er einfach ein zu klassischer Flügelspieler ist und deswegen ist er im Winter weitergezogen zum ersten FC Kaiserslautern. Allerdings ist auch dort nur Ersatz und deswegen sehe ich für Simakala weder in Lautern noch in Kiel eine wirkliche Zukunft. Quasi Wried ist ja der Sommer zurück beim Vorfeld Osnabrück, aber auch dort nur Rotationsspieler. Deswegen heißt es für ihn das Gleiche wie bei Simakala, weder bei seinem aktuellen Live-Verein noch bei Holstein Kiel wird er über den Sommer hinaus an Bord bleiben. Und in der Übersicht sehen wir dann nochmal ganz gut, auf welchen Positionen denn bei Kiel tatsächlich Nachholbedarf besteht und auch wenn es bereits im letzten Sommer einen großen Umbruch gegeben hat, wird es auch diesen nach dem Aufstieg geben müssen. Ich glaube nicht, dass Kiel dort unglaublich viele Bundesliga erfahrene Spieler holt, sondern auch schon und das fände ich auch gut, sein Weg weitergeht, den man vor allem auch im letzten Sommer eingeschlagen hat mit jungen Spielern, mit Spielern, die eben auch ins System von Marcel Rapp passen. Inwieweit das dann in der Bundesliga-Funk sind, ist natürlich nochmal eine andere Frage und trotzdem wird es ein paar Änderungen geben müssen. Im Tor wäre das dann eher als Nummer zwei, als guter Herausforderer für Timon Weiner. Interessanter wird es dann in der Verteidigung, denn hier muss man auf jeden Fall auf den Schienenspielerpositionen links wie rechts was verändern, genauso auch in der Innenverteidigung. Im Zentral-Mittelfeld muss glaube ich gar nicht mal so viel passieren, da wird es dann eben interessant sein, wie man Philipp Sander ersetzt, aber auch in Sachen Kreativität kann es hier wirklich gut tun, nochmal einen neuen Spieler zu holen, plus auch einen flexiblen Flügelspieler. Wichtig wird es auch dann noch sein, im Sturmzentrum nochmal richtig nachlegen zu können. Da braucht es gar nicht drei oder vier neue Spieler, sondern wirklich ein, zwei richtig gute, richtig gute Stürmer, die ihm auch dann in der Bundesliga Holstein-Kiel mit Toren richtig helfen können. Und genau das können wir dann noch nochmal ganz gut sehen beim Blick auf die mögliche Startelf in der Bundesliga, genau für das Szenario, was wir hier geplant haben und so würde ich eben dann mal Kiels Mannschaft planen. Wir hätten im Tor Weiner weiterhin als klare Nummer 1 mit einem guten Ersatzkeeper, mal gucken wie sich dann eben diese Konkurrenz Situation entwickeln wird. In der Dreierkette würde ich eben dann ganz klar Timo Becker als rechten Part einplanen und kleine Bekel als zentralen Part, auch wenn diese Position bislang eher Eras eingenommen hat oder auch mal Ivicic oder Schulz, glaube ich schon, dass keine Bekel das kann, wobei man natürlich auch dort erstmal abwarten muss, wann er aus der Verletzung zurückkehren wird. Denn ich glaube, dass es auf der linken Seite guttun würde, einen linksfüßigen Stammspieler hinzuzuholen. Komenda, Eras, Johansson hätten wir dann hier als Backups. Oder bei den Schienenpositionen könnte ich mir auf jeden Fall eine Live-Verlängerung von Rote vorstellen, wäre dann auch erstmal Stammspieler. Auf der rechten Seite, Trott Sterner, Becker, Porat, macht es auf jeden Fall Sinn, auch nochmal einen Neuzugang hinzuzuholen. Luis Holtby sehe ich erstmal gesetzt an, vor Ivicic, vor Schulz, vor Remberg, plus eben dann neben ihm ein Neuzugang. In der Offensive wird es auf jeden Fall spannend sein, welche neuen Spieler kommen und auch wie gut natürlich dann ein Skripski, ein Matschino in der Bundesliga funktionieren. Erstmal sehe ich sie weiterhin als Stammspieler, plus eben auch dann wird ganz wichtig sein, einen weiteren Neuner. Ab Bernhardson hätten wir dann hier als Backups, aber auch in Sachen Kreativität auf der 10er Position glaube ich schon, dass es gut tun würde, einen guten Mann hinzuzuholen, vielleicht sogar einen Stammspieler. Porat wäre dann hier eher nur der Backup und bei Nioff und Kelati als junger Flügelspieler muss man dann mal gucken, auf welcher Position das tatsächlich funktionieren kann. Aber die Mannschaft von Holstein-Kiel ist spannend, da steht auf jeden Fall Potenzial drin, auch wenn es natürlich schwer werden wird, in der Bundesliga genauso gut zu funktionieren. Das ist klar, das weiß auch jeder und trotzdem steht Holstein-Kiel aktuell vollkommen verdient auf Platz 2 und ich gehe davon aus, dass auch dann der Aufstieg gelingen wird. Und genau für das Szenario interessiert mich jetzt auch mal eure Meinung zu Holstein-Kiel. Welche Spieler sollten dann gehen, auf welchen Positionen besteht Nachholbedarf und wie sieht eure Startelf aus für die Bundesliga? Schreibt dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare, schreibt auch gerne weitere Vereine vor für das Format Kaderplanung und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball!